Ich möchte diese quadratische Gleichung in die Scheitelform überführen. Die Scheitelform ist das hier. a, Klammer auf, x minus xs, Klammer zu zum Quadrat, plus ys. Wenn ich das hätte, dann würde ich den Scheitel gleich sehen. Der Scheitel der Parabel wäre dann bei ys, bei xs, ys. Und wenn ich das hätte, wüsste wo der Scheitel ist, könnte ich dann gleich die Parabel einzeichnen. Das a gibt mir die Form. Gut, wie komme ich hier rüber? Die Antwort ist die quadratische Ergänzung. Und die quadratische Ergänzung führe ich jetzt hier durch. Bei der quadratischen Ergänzung nervt mich dieses 1 Viertel. Und ich muss es ausklammern. Also y ist 1 Viertel, Klammer auf, x² plus 4 mal x. Den Zweier lasse ich draußen. Man könnte ihn auch mit in die Klammer nehmen. Dann müsste er hier zum 8er werden. Nochmal schauen, ob es stimmt. 1 Viertel mal x² ist 1 Viertel x². 1 Viertel mal 4 ist 1. Hier kann ich mein 1er denken. Passt alles. Jetzt hier drinnen kommt die quadratische Ergänzung. y ist gleich 1 Viertel, Klammer auf, x² plus. So, dieses 4x muss ja, ich brauche hier a² plus 2ab plus b². Also mein a ist x. Die Hälfte von dem 4er ist mein b. Also b ist die Hälfte von diesem Ding da und deswegen ist b2, b gleich 2, also hier plus 2 Quadrat minus 2 Quadrat. Wenn ich das mache, kriege ich ein Binom. Das Binom ist der, der Teil hier. Genau. Der Teil ist mein a² plus bx plus c. Das heißt, also y ist gleich 1 Viertel. Ich mache jetzt hier mal zwei Klammern. Eckige Klammer, runde Klammer. x plus 2 in Klammern zum Quadrat, weil hier dieses minus 2 Quadrat, also minus 4, das ist da noch draußen. Plus 2. Schaut schlimm aus, aber die eckige Klammer kann ich rausschmeißen. Also ein Viertel mal das und ein Viertel mal minus 4 muss ich rechnen. Um die eckige Klammer loszuwerden, also y ist ein Viertel. Ein Viertel x plus 2 in Klammern zum Quadrat. Ein Viertel mal 4 habe ich minus 1 plus 2. Also ein Viertel x plus 2 zum Quadrat plus 1. Damit kenne ich alles. Ich weiß, a gleich ein Viertel, also das ist im Vergleich zur Normalparabel flacher, aber weiterhin nach oben geöffnet. Der Scheitel ist bei minus 2 und 1. Das war ja immer das falsche Vorzeichen. Und jetzt kann ich es zeichnen. Das geht es hier machen. So. x, y, 1, 1. Der Scheitel ist bei, der Scheitel ist hier, bei minus 2 und 1. Normalerweise habe ich 1, 1, 1, 1, dann 2, 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt habe ich eben alles kleiner. Ich habe hier, also wenn ich hier 2 rübergehe, 2 Quadrat ist 4, ein Viertel davon. Also ich kriege diesen Punkt, statt 1 kriege ich nur ein Viertel. Ein Viertel und 1, die Parabel schaut so aus. Weil es stirbt, da will ich nicht hin. Erst die Parabel. War das zu schnell? Für den, den es zu schnell war, mache ich jetzt noch diese Argumentation nochmal. Die Normalparabel ist ja, nochmal sauber. Also die Normalparabel, egal wo ich sie hin mache, 1, 1, der, 1 Quadrat ist 1, 2 Quadrat ist 4, 1, 2, 3, 4. Ja, minus 1 Quadrat ist 1 und dann habe ich hier auch 4. So, und hier habe ich 1,5. 1,5 mal 1,5 ist 1, Viertel. So, das ist meine Normalparabel. Und wenn ich jetzt 1, 1, 1 Viertel x Quadrat habe, habe ich eben hier nicht die 4, sondern nur 1, Viertel. Und hier nicht die 1, sondern nur 1, Viertel von 1. Und so bekomme ich jetzt, ja, die hier. y gleich ein viertel x quadrat und wenn der scheitel nicht dort sitzt sondern eben hier dann gehe ich darüber mache ich die punkte von diesem scheitel aus man kann natürlich auch eine wertetabelle machen wenn man da nicht schnell genug ist